Hallo, wie geht's? Hallo, wie geht's? Hier, wir sind im Schnee. Jetzt könnt ihr mal schauen, wie viel Schnee wir haben. Okay, Louis, go, 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 get the snow, get the snow. Come back, Louis, come back, Louis, come back. Go, go, Louis, go, 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 get the ball, get the ball, find the ball, find the ball. Ja, wir haben so viel Schnee. Komm, 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 Louis, komm an, komm an, komm an, komm an, komm an, and let's go, let's go. Ich glaube nicht mehr, ich glaube nicht mehr, okay. Komm an, Louis. Natürlich, das Problem mit dem Schnee ist, ich sage, bauen nicht. Get the ball, get the ball, Louis. Get the ball, Louis. Komm an, Louis' ball ist right there. Oh, there it is. Okay. Ja, er sieht. Er sieht bauen nicht so gut. Man verliert immer bauen. Louis, where is the ball? Where is the ball, Louis? Ein bisschen. Ein bisschen. Oh-oh. Weid, er hat die ball. Okay, come on, Reid. Komm an, weid. Komm an, wir. Komm an, wir. Ah, ich möchte ihn so verlieren. So viel Schnee haben wir bei uns, ja, sieht aus wie den Bergen oben, ganz hoch wie den Bergen oben. Wir haben effektiv sehr viel Schnee, aber es ist ganz schön. Aber der Schnee wird nicht lange da sein, wir warten, dass er eigentlich, ja, jetzt sind wir Mittwoch, sehr wahrscheinlich bis zum Donnerstag, dann geht er fort Donnerstag, dann Freitag, Samstag, Sonntag kommt es wärmer, und dann ist er sofort. Also, das ist alles vom Schneeland in Stanwood, und jetzt sind Louis und Ray da, sie haben uns ausgetaucht, bis später, tschau zusammen.